Untertitelung des ZDF, 2020 Und das ist unsere eigene Toilette. Und was ist das für ein komischer Stuhl? Wir dürfen die Gefänke doch vorher nicht sehen. Wir sind ja gar nicht verpackt. Familie, ich habe Überraschung. Wir sind jetzt Deutsche. Was sind wir denn jetzt? Türken oder Deutschen? Türken? Nein, ich habe ein Haus gekauft in Türkei. Super. In Heimat. Warum das denn? Wir waren alle zusammen, wie früher. Früher haben wir auch alle in ein Auto gepasst. Krass, ey, hier steht, dass die Bundeskanzlerin anwesend sein wird und dass sie sich freuen würde, wenn du als einer Million und erster Gastarbeiter etwas zum Ander sagen würdest. Hey Angela, wo Problem? Ich komme aus dem Osten, du auch, wir beide Ossis. Oder vielleicht sollte ich besser singen. Einigkeit und Recht und Freiheit, nur das Deutsche Pfarrer. Ich komme aus dem Osten.